Der neue Adrenalin GTS 18 von Brooks glänzt nicht nur mit seinem modernen Design, sondern auch mit seinem Mix aus bewährter Unterstützung und geschmeidigem Laufgefühl. Die 18. Version hebt den Go-To-Schuh auf ein neues Level und das nicht nur optisch dank des Mesh, welches den Tragekomfort bewahrt und einen dynamischen leichten Look rüberbringt. Zusammen mit den 3D-Fitprints werden deine Füße sicher im Schuh gehalten, so dass du deine Laufkilometer abspulen kannst, ohne an der Passform zu zweifeln. In der Zwischensohle überzeugt zum einen die Dämpfung. Sie reagiert auf deinen Schritt und deinen Laufstil und ist verantwortlich für ein komfortables Laufgefühl. Dazu gesellt sich noch ein ordentliches Maß an Unterstützung auf der Innenseite, die deine Abrollbewegung stabilisiert. Bei allem Support kommt die Flexibilität durch die Kerben in der Außensohle nicht zu kurz. Also konzentriere dich auf deinen Lauf und nicht auf deine Füße. Der Brooks Adrenalin GTS 18 bringt alles mit, um dich zu überzeugen. Also ab in deinen Runners Point Store oder hol ihn dir auf runnerspoint.com.